Glauben Sie, wir sind so weit gekommen, weil wir uns von Insult-Wichsern haben rumschubsen lassen? Wenn es das ist, was Sie von uns denken, machen Sie einen höchst gefährlichen Fehler. Bankiers, Polizisten, sogar ein Richter gehört zu uns. Sie drohen mir also mit Männern, die mächtiger sind als Sie? Ganz genau. Warum rede ich dann mit Ihnen? Der amerikanische Traum hat seinen Preis. Wir kommen alle in die Hölle. Live by Night von und mit Ben Affleck ab 2. Februar im Kino. Wir kommen alle in die Hölle.